Hi Vin! Na? Noch schöne Reste überhaupt gehabt? Schönen Sushi gegessen und... Cockies gebacken? Na ja, nachdem wir hier unseren Yogghurt gegessen haben, dachten wir... Wir machen jetzt so ein Kim-Nim-Video. Okay. Kim-Nim-Nim-Nim 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 Kim-Nim-Nim Naja, wir hoffen natürlich, hat dir gefallen. Wir gehen jetzt noch ein Blat-Imery trinken. Was natürlich nur für reiche Leute ist, LaCosse, was es wolle. Naja, okay, tschüss und tschau von Lena & Lena. Und ach ja, hast du Papa schon eine Massage?